Hi du, schön, dass du zu uns gefunden hast. Heute möchte ich dir unseren Girls Club vorstellen, wo ich die Anführerin bin. Mein Name ist Emily Sinclair. Ich liebe es, mich zu schminken und mich aufzustellen. Genauso liebe ich es aber, in der Badewanne zu relaxen und shoppen zu gehen. Wer liebt das nicht? Außerdem kleide ich wahnsinnig gerne meine Mitbewohnerinnen ein und ich flirte für mein Leben gern. Das ist meine Schwester Salome, das genaue Gegenteil von mir. Wenn sie nicht den ganzen Tag am Pennen ist, dann ist sie am PC und zockt, was auch sonst. Außerdem legt sie gerne mal ein heißes Tänzchen auf dem Parkett hin und sie hat ein dunkles Geheimnis. Das ist Rose, unsere neueste Mitbewohnerin und die gute Seele von uns. Sie liebt es zu meditieren und tut das fast den ganzen Tag. Doch auch sie scheint ein dunkles Geheimnis zu haben. Denn sie schleicht sich nachts immer weg. Wenn sie nicht gerade am Meditieren ist, dann findet man sie oft im Yoga-Studio. Denn ihr größter Traum ist es, auch ein eigenes Yoga-Studio zu besitzen. Hazel ist die sportlichste von uns allen. Wenn man sie nicht gerade auf dem Fußballplatz antrifft, dann findet man sie meistens im Fitnessstudio beim harten Boxtraining. Sie hat auch einen Traum. Sie möchte sich an der Uni einschreiben, um Polizistin zu werden. Ein weiteres Hobby von ihr ist das Dartspiel. Und sie ist echt ziemlich gut da drin. Und obwohl wir alle so grundverschieden sind, lieben wir es miteinander abzuhängen. Wir lieben es, in Bars zu gehen, auf dem Gewürz-Festival abzuhängen, nackt im Pool zu baden oder fett in der Disco abzutanzen. Doch leider ist nicht immer alles so rosig, wie es auf den ersten Blick wirkt. Und unsere Freundschaft wird durch viele Intrigen und Streitereien sehr auf die Probe gestellt. Alle Infos zum neuen Let's Play findet ihr auf meinem Discord-Server. Der Link hierfür ist in der Beschreibung zu finden. Wenn ihr Bock auf diese Challenge habt, dann lasst gerne ein Abo da, um keine weiteren Uploads mehr zu verpassen.